Ja moin Leute oder guten Abend, je nachdem man hier zuschaut und herzlich willkommen zu einem weiteren TheLegendOfZeldaStream. Ja, zuallererst natürlich die Warnung wie jedes Mal. Ich will keine Spoiler in den Kommentaren sehen, ich will keine Tipps in den Kommentaren sehen. Wer spoilert, der wird gebannt und bei Tipps, je nachdem was da steht. Ja, heute habe ich einfach nur mal vor, so ein bisschen Erkundung zu machen. Ich habe oft können wieder den ein oder anderen Krok gefunden, diesmal nicht ganz so viele wie letztes Mal, nicht mal ansatzweise. Aber ich habe trotzdem ein paar gefunden. Zum Beispiel den, der hier gerade vor meinen Augen rumstreift. Ihr könnt ja warten, bis der in meine Arme flitzt. Ja, mein kleiner Freund wird zu mir kommen. Das ist ein bisschen anstrengend, dich zu verfolgen. Ich will auch, ob sich ich deswegen auch erkunden. Zum einen, äh, auch um den ein oder anderen Krok zu finden. Ich markiere mir übrigens jetzt auch die Minibosse auf der Karte mit den Totenköpfen. Aber auch wirklich nur die Minibosse. Ähm, im Übrigen, falls man mich fragen will, was ich storymäßig als nächstes machen würde, das wäre der Todesberg, also die, äh, Ebene von den Garudos. Das würde ich als nächstes storytechnisch machen. Heißt aber nicht, dass ich das jetzt mache. Ich will erst mal ein bisschen erkunden, ein bisschen meine Ausdauer steigern durch, äh, Schreine. Ihr versteht schon. Also, hier habe ich mir den Krok markiert und hier habe ich mir den Krok markiert. Außerdem habe ich wieder den Typen nochmal gefunden. Ich habe auch die ein oder andere Markierung noch, wegen, Schreinen. Da will ich auch nochmal hin. Und, ähm, ich will natürlich da endlich mal hinkommen. Dafür müsste ich mir aber in dem, äh, Gebiet hier mal, äh, den Turm holen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das, was auf dem Teil der Karte markiert ist. Ich habe ja meine Gründe gehabt, die Dinger zu markieren. Und dann gehe ich darüber. Also, in der Richtung ist jetzt noch ein weiter Krok. Den sammeln wir jetzt als allererstes ein. Ja, und dann gucken wir natürlich weiter. So, erstmal den hier links. Weil das ist nur ein Steinrätsel. Da muss ich einfach nur den Stein eben kurz, oh, scheiße. Weiter Knopf. Äh, eben kurz da in den Kreis bringen. Und das ist ja einfach. Wie gesagt, ich markiere mir Kroks, wenn ich sie finde. Und sammle sie stets dann Onscreen ein. Kann ich dich eigentlich nehmen? Hui! Hab jetzt wasser mit dir! So, und den, äh, Krok, den ich hier oben einsammeln will, den habe ich sogar in einem früheren Stream eigentlich gesehen. Aber ich habe ihn nie mitgenommen. Das muss ich nachholen. Das ist ja mega peinlich. Warum mache ich übrigens mehr Erkundungs-Streams als Story-Streams? Ganz einfach, wenn ich mich nur auf die Hauptstory konzentrieren würde, dann hätten wir nicht mal ansatzweise was von dem Spiel. Weil die Hauptstory macht 10% maximal vom Spiel aus. Allein die Kroks-Suche macht schon so mindestens 20-30% vom Spiel aus. So, da muss ich hinfliegen. Der hilft mir mein, äh, Freund natürlich. Sehr gut. Und ein weiterer Krok wurde gerettet. So, den Krok können wir dann auch abhaken. So, hier ist noch ein Freund, dem wir, äh, helfen müssen. Und dann wird erstmal hier, äh, die Markierung habe ich mir, glaube ich, nur gemacht, weil er auch ein Miniboss war. Und da mal vorbeischauen wollte. Äh, dem helfen wir jetzt erstmal. Dann holen wir hier natürlich die Schreine, die ich mir markiert habe. Und dann würde ich hier den Turm besuchen wollen, in der Gegend. Also, zuerst helfen wir dem Typen. Der ist er ja. Hätte ich natürlich diese so naue Säulen mittlerweile, dann, äh, das wäre dann geschenkt, äh, bei dem immer. Ich hab mir gemerkt, die so naue Säulen, die, die sind OP hoch 80. In der Hinsicht. Kannst loslassen, Kollege. Das wird halten. Keine Sorge, das hält. Ich find, grade seine Neben, äh, Quest ist so easy. Und sicher das Schild mal. Ihr lernt aber auch nicht aus dem Fehler, ne? Danke für das Taschengeld. Wenigstens krieg ich auch immer was zu essen. Und auch Donnerblumen. Die Donnerblumen, äh, vorzuge ich dem Ganzen. So, das Symbol kann ich dann jetzt löschen. Da ist mein nächstes Ziel. Ich kann leider nicht Epona holen, weil Epona ist sonst wo. Und in der Richtung hatte ich mir auch was markiert. Hinter der Festung da. Der wird doch bestimmt auch ein Mini-Boss drin sein. Ein einzelner Baum? Hm. Der ist überhaupt nicht verdächtig. Auf da. Ich wusste nicht, dass da ein Ballon ist. Der Baum sah einfach viel zu verdächtig aus. Manchmal sind die Crocs auch obvious. Ich weiß gar nicht. War ich in der Basis eigentlich schon mal drin? Ich glaube, ja. Ich bin mir grad nicht hundertprozentig sicher. Ich guck mal hier durch die Decke. Hallo? Okay, hier war ich noch nicht. Ich seh dann, äh, Fettwands. Äh, schon mal markieren. Lecker-Kisten. Ein Enox-Hammer. Immer tut der sich weh. Was wärst du denn für'n Krieger? Warte mal. Wo ist meine Lieblingsfrucht? Der Kampf möge beginnen. Wenn Desten baue ich Bomben. Die sind gut beschäftigt, Leute. Also wenn das nicht die ultimative Vernichtung auslöst. Weiß ich auch nicht. Sollte eigentlich reichen, um den Großen auszuschalten. Wo-ha-ha-ha-ha! Er hat zumindest gut Schaden genommen. habt spaß ich den schilder schon fotografiert oder eine hohe haltbarkeit was hätte ich denn deiner rüstung beraubt ah so ich wollte mir jetzt eine andere waffe hier holen in der kiste ist schöner weißt du kumpel ich weiß nicht ob du so viel sicher außerhalb der kiste bis gerade der kinox hammer ja das würde mich interessieren ja das weiß ich schon ja klein trifft es wirklich gut ne das trifft es immer noch gut klein das klingt schon besser das klingt gut da unten war eine stachelkugel nicht bedingt der schlauste einfall gerade ich hätte fast einen blitzschlag kassiert diese blitzschläge kann man auch übelst ausnutzen man kann zum beispiel metall einfach nach den gegner werfen und wenn man es richtig timet dann kriegen die den übelsten stromschlag oder man kann es nutzen um bäume zu fällen die man einfach metall direkt daneben legt aber ich bin vorher im trägert ebenso oft immer gemacht hallo ist hier wer wir haben jetzt huso jay schreien gefunden in bewegung ist ihr wonach das für mich klingt da ich dir das zeitding brauche wollte ich sagen so danke hab meine kiste tschüss ist da irgendwas besonders hinter der wand könntest du mich ja wenigstens vorher fragen ob ich mit will von dem wort gleichmäßig haben wir nichts gehört leute gleichmäßig dahin so weit wie möglich und dann wenn es da ankommt drauf gehen rückwärts ich kann es vorwärts schaffen ich brauche nur geduld wer braucht schon autos so in welche richtung wird sie gedreht werden ah ich verstehe schon sollte ausreichen das ding soll sich einfach nur generell drehen danke okay wie funktioniert das jetzt eine funktion die ich von den rädern noch nicht kenne so wenn ich mir jetzt da drauf stelle und sage bewegt euch funktioniert das es scheint zu funktionieren mehr oder weniger ich habe noch nicht mit den rädern bisher umgespielt also wirklich ist alles tschau okay probieren wir mal methode b die hat beim letzten mal schon gut funktioniert methode b funktioniert immer noch einfach mit der donnerblume gegen ballern das ding bewegt sich dann schon ich weiß nur nicht ob es sich weit genug bewegt hat ich weiß nicht wie man das mit den rädern hätte machen sollen an dem punkt darf man mir gerne in bei youtube in den kommentaren schreiben ich hab so gelöst und wir könnten zweimal Prozent hier auch dort werden bei dem Bild was ich da von der Karte siehne da ist doch safe was sich fressen Besen wenn da nichts ist da liegt ein einsamer stein ne eine einsame Kiste Entschuldigung oh das wird Atmen anzu oh ich hab mittlerweile wenig Klanzen weiß nicht dass ich sie behalten will das verspricht ein gutes Bild ach ich hab das ding schon mal fotografiert dann hat sich eh erledigt da sind Freunde oh hallo du schon wieder wir können jetzt gleich wieder ein neues Kleidungsstück verraten ach so du willst mir einfach nur sagen reiß mal dahin bei ihr interessiert mich nicht es ist ziemlich unhöflich Feuerfeiler nach jemandem hinterher zu schießen da ist glaub ich auch noch mal ne Festung von denen da ist das da ist da ist da ist das ist und ich sehe einen einsamen Stein wenn das kein Krok ist wenn sich ein Wesen ich habe einen Stein weggebrochen was machst du nun das Ding ist so offensichtlich verdächtig der Jahrtausendbaum das Ding ist so offensichtlich der Kronen 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 da ist wasser wieso konnte ich mich daran jetzt nicht festhalten danke kommt schon wieder her warum hattest du eine reise lanze in deinem magen drehen fragen über fragen aber ich danke für den bogen gespannt was wir hier unten alles finden auf jeden fall er hat selten und was kriege ich einfach nur einen bärenstein ich höre die hand wechseln besser als das dann immer weiter gucken irgendwas wird hier unten schon sein sehr mehrere da so komische geräusche von sich ach so du es sind nicht so geräusche von ihnen geben wenn ich gar nicht mitbekommen die hohen fische gönne ich mir immer gelernt dass wir die noch brauchen werden irgendwas hier nähe hier war auch mal nur ein nes so nes von den fischig glaube nicht dass irgendwas in den ranken ist also in dem wurzel aber da hinten sieht noch interessant aus jetzt darf ich doch immer doch hochklettern oder mit mannieder leuchtpilze sind nicht wirklich interessant hier kommt irgendwas muss hier sein da geht so hier 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 hat von der Ausdruck gerade so gepasst kommt irgendwas da gibt es nochmal für werden auf jeden Fall richtig viele von diesen Echsen das ist eine merkwürdige Höhle die Leuchtturm die kann ich immer gebrauchen wieder ein Rüstungsteil die Gottheitsstiefel Majora's Mask Stiefel so gesehen oh kriegen wir die Maske das wäre nice so von dem Turm aus könnte ich bis dahin einmal fliegen wenn ich den aktiviere so das letzte Stück Ausdauer gönne ich mir zum landen haben wir schon mal eine weite Strecke zurückgelegt wir sind beim Sani dienten Park ein immer mit dem Kopf durch die Decke oh habe ich vielleicht ein Foto ja habe ich es war einer dieser speziellen Orte die man bei Wild suchen musste dieses Fototagebuch von Zelda mal wieder ein einsamer Stein ich frage mich wieso ganz leicht ist noch ein Stück ich hole mir als nächstes ich kann mir übrigens mal markieren hier läuft ein miniboss rum ist schon wieder so ein einziger baum in der pampa was krass endlich in der freien natur gefunden darauf warte ich immer hallo diese dicken fetten einsamen bäume die sind viel zu offensichtlich ich mache ich platz die habe ich noch gar kein foto möge der kampf beginnen ich habe einen verbündeten das war's mit dem hammer dank für den es war so nett von ihm hier einfach seine waffe zu spendieren wie nett die manchmal sind wie freiwillig ihre waffen geben wo man mit denen eingelüttelt komm ruhig her er hat zwei hände immer weg muss hier ein wichtiges foto machen ein foto für die nachwelt ich kann mir doch eine richtig gute waffe gerade einfach machen ich hoffe die ich gerade eingesammelt habe damit haben wir schwert da ist das was ich suche und kann ich nicht so eine kleine stelle sein an der ich sagen kann hey ich mache den sprung nach oben komm irgendwo bitte ich will da hoch erwarte was schönes auf mich da gefunden gewitter zieht offenbar auf sprott karotten hatte das foto ist schöner irgendeine waffe die keine elektrizität hat bitte ich habe keinen bock geblitzt zu werden ich sehe jedes kraut warte mal besseres foto vorher gehen wir mal beschießen hier ist auch noch mal schwert glas gleich glückchen zitter kraut ist einfach echt jedes gras moment mal so wie nett von dem spiel hier auch irgendwo der weizen der vogel war schlau ich habe gerade nicht den herzinfarkt bekommen weil dann blitz neben mir eingeschlagen ist ich habe euch eingebildet da hat und stier Entschuldigung Büffel Akto hier, ich brauche ein Foto von dir Er könnte mir nicht Danke, dass du so gut sichtbar warst Da vorne ist der Schrein Oh, hier kann man ja richtig gut Zeug sammeln Da liegt ne Hacke Und die zieht nen Blitz an Hilfe Ich fahr immer mehr Bäume für mich Oh, zählt nicht als scharfe Waffe Okay Die Blitze nehmen mir gerade die halbe Arbeit ab Ich kann mir hier gönnen So viele Äpfel So, dann mal rein in den Schein Dafür sind wir eigentlich hierher geflogen Fehlende Fahrt Also muss ich irgendwas bauen Oder verstehe ich was falsch Ich will durch die Decke Okay Da fehlt was Da ist ne Kiste Jetzt die Frage, wie komm ich da hoch Ist hier irgendwo ne Platte Da oben eventuell Ich kann das nicht bewegen Und so funktioniert das auch nicht Hier muss irgendwo was sein, das ich nutzen kann Auf die Idee muss man auch erstmal kommen Wow Für ein paar Heutzfeine Komm her So, in die Mitte stellen Und durch die Mitte nach oben gehen Dann gehe ich nämlich auch durch den Block Easy Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer Wir haben schon mal nen Block Ich will eigentlich das hier zuerst nutzen Den Block muss ich doch auf jeden Fall rausziehen Wahrscheinlich hier oben erstmal hinpacken Was soll ich sonst mit einem Block Ich könnte ihn natürlich auch darunter stellen und von dort aus eventuell hoch Wäre auch ne Möglichkeit Falls das hoch genug ist Und von oben dann einfach dahin fliegen Verstanden So, einfach als Rätsel Das verstehe, selbst ich Easy Ich muss mir dringend mein Ausdauerabbild jetzt holen Ich habe ja schon die Segenslichter Besser Inneres Wetter haben wir auf jeden Fall Kurz gucken Wir könnten hier ein richtig geiles Foto für die Kraniche kriegen Wenn die jetzt nicht abhauen Schade Ich hätte es gefeiert Die Ziege steht da auch majestätisch So, da den Schrein haben wir Da kann ich über den Turm hin Ich gönne mir jetzt erstmal ein Ausdauerupgrade Oh, hi Bist du denn? Koron, es steht hier Hm Hm Was sind grob, hier? Hm 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 Es ist dir das peinlich, ist das, ist klar Hm 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 Wir sind übrigens auch ein paar Nebenquesten, die wir gleich mitnehmen Oh Genau da will ich wahrscheinlich hin Genau da will ich wahrscheinlich hin Ein Felsenfilet Ein Felsenfilet Das schmeckt bestimmt Also erstmal da runter Da ist die Statue Ich will Ausdauerupgrades Eben habe ich jetzt gerade erstmal genügend Eben habe ich jetzt gerade erstmal genügend So, kann es mir direkt noch einen Balken geben Vielen Dank dafür Ein weiter noch und wir haben zwei ganze Balken So, wie kann man dir helfen? Ach, das ist auch gerade hier der Monster wäre Okay Eine große Monster Die Moldoras Die Moldoras Da ist immer noch was zum Ivarok Ich habe noch hier mit dem Hammer kannst du die richtig gut zerlegen so wo sind die Einheiten dann erzähl mir mal wo die ganzen Einheiten sind das gibt wahrscheinlich auch jeder eine Nebenquest aber es wird hoch okay nur die großen piecher geben eine Nebenquest sie hat auch noch eine Nebenquest nicht mit der Welt abschließen ich gehe nachgucken ich höre deine Stimme warte ich befreie dich auch war noch zu nah warum soll schon erwartet dass du mit in die Luft fliegst gut ich habe ja zur Not immer noch Option B ach der 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 die Teile neu sortieren kann Prozent und mich würde nicht vergessen ja Och du Arme. Was willst du tun? Lass mir ein Leben weggenommen. Gib ihn zurück. Lass mir es jetzt gern zurückgeben. Isa, Lunk. Äh. Steinplatz nehme ich mir mal, aktiviere ich. Vielleicht ist hier ja noch was. Außer in den Zweiländern. Ich kann die Bombe auch so runter schießen. Muss ich nur, wenn man eventar findet. Ich habe hier schönes. Leuchtsam. Ich habe etwas spektakuläres erwartet. Ich kann ja jederzeit mit dem Deckensprung nach draußen. Oh, da hinten erwartet ein Gegner. Oh. Oh. Mit welch Öle bin ich denn jetzt hier reingeraten? Hallo? Lass das mal laufen. Ich bin mir immer mehr sicher, dass hier auf jeden Fall was sein muss. Nein, ich wollte was auf die Bombe fallen lassen. Ich hab jetzt mal ein Pfeiler geflogen. Soll ich hier was schönes? Hier ist ne Echse. Ist einfach nix. Okay, da brauch ich ne Donderblume. Okay. 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 Ja, jetzt hat sie sich angeschaltet. Hier muss ich ein bisschen kloppen. Ist das so ein Geheimweg unter Hyrule? Nein. Das ist so. Einmal kurz da eine Bombe rein trocken. Der Hammer ist auch bald kaputt. was die Wand da blau weil die nicht durch den Hammer kaputt gehen will okay aber verstanden auch selbst durch die Bombe geht es nicht kaputt Alter ist das eine stabile Wand dahinter war jemand ins Wasser mit dir ich sag dir Wasser oh von dir bräuchte ein Foto er war schneller als ich da sind Feen warum ich bring der Fisch freiwillig an Land hallo guckt mal ich hab neues Spielzeug Alter wie stabil der Scheiß hier ist jetzt verstehe ich wofür man die ganzen zwei Hände hier bekommt dafür dafür okay wir haben einen Moppelknochen gefunden komm mal ja 28 20 und da ist der nächste Weg an hier geht's jetzt nach unten ich sollte vielleicht nochmal zurückgehen und erstmal den anderen Weg angucken was im Geier habe ich hier entdeckt die sollte ich mir noch aufheben in der Beinschutz ich gehe die Hülle aus du zum Geier bin ich hier gelandet so da hat ein Zweihänder da ist nix ich habe auf jeden Fall meinen Kumpel weggesprengt das ist der Gang zumindest ein bisschen breiter schon wieder so ein Teil so zerstört werden ja sicher erzmine ich glaube ich bin echt unter Heilwohl also gleich wenn es so weiter geht dieser Haufen er schreit Boss sag ich doch das schreit Boss ein Stahl Hinox wir müssen jetzt nochmal hier den ganzen Scheiß aus dem Weg machen wenn ich ein besseres Foto habe ja aber immer für mich ja auch dann muss ich den Weg machen sehr nett von dir ja mit dem Foto kann ich leben ich nutze ihn noch aus um die restlichen Steine erstmal loszuwerden ich wollte gerade fragen so um den Hammer ist es nicht schade so um er trägt lauter waffen ok nicht unter ihm stehen aber wenigstens scheint er sich so auch selbst zu schrotten ich dann auch er hat wiedergefunden liegende haufen weiße waffen rum die er die ganze zeit fallen ist warum nutze ich nicht die zuerst er ist besiegt irgendwas neues dabei stahl hinox horn das sieht cool aus ich bin dritter und zwei nirgendwo er ist in der Bar für sie beiden haben immer auch ich nicht mehr obwohl ich sowas das verbrochen werden will Deutschland da geht es weiter Ketik zum Freikloppen weil ich hier will was aufgemacht werden ich habe nicht wer hat die Kette das für ein cooler Ort Ich glaube, ich brauche mehr Bomben. Oh, hi, das sind ja meine alten Freunde. Nur diesmal im Fieser. Kuppel einmal runterschießen, bitte. Ach, die kommen runter. Und machen gut Schaden wegen ihrer immensen Reichweite. Reicht euch mal gegenseitig an, seid ihr so nett? Ob ihr intelligent genug dafür seid? Gehen gerade viele meiner Waffen kaputt. Liegt ein neues Item, aber erstmal muss ich den da loswerden. Endlich habe ich mal geschafft, so einen Scheißstein zurückzusteuern. Schwarz ist Horror, Blindhorn. Ich höre noch mehr von den Mistdingern. Besser das Foto, komm. Endlich sind dann richtig. Ja, da kam gerade was geflogen. Jetzt erstmal die Lanze seiner Freude schmecken lassen. Mit so einer extrem langen Lanze kann ich mich auch von der Decke pieksen. Sieht so aus, als ob dem das gefallen würde. Auch schon bereit, ihn wegzupieksen? So, ist hier irgendwas? Was? So, wenn wir viel Zeug zu mitnehmen. Fasziniert diese Höhle einfach nur, ne? Maximal fasziniert. Das ist ne Kiste. Ganz mit Retail-Bade. Na gut. Ne Waffe, ne? Warum? Warum hat er sie nicht auserwählt? Der nächste Boss? Fragezeichen? Oder ist da wieder eine Ausschussung hinter? Ich bin jetzt am besten daraus, indem ich einfach die Box nutze. Glaube ich, die gehen mir so langsam aus. Hab ich gedacht. Boah, hau die scheiß Bombe. Boah. Hallo, danke für das Schwert. Hier ist irgendwo noch einer und zwar dahinter, fähre ich das auf? Ernst gemeinte Frage? Hm. Hier ein Geheimnis. Wie? Ja, tatsächlich. So, schon mal ein besserer Hammer. Wahrscheinlich hier einfach hoch. Ich habe ihn unabsichtlich getroffen. Aber es ist gekauft. Die Leere Rüstung. Es wird nur noch der Helm. Und wir kommen echt bei im Schloss Hyrule raus. Unglaublich. Oh, wieder ein weiterer Scheiß. Stein. So langsam aber sicher entsteht ein Weg. Ich habe einen Stein durch die Wand verkloppt. Das ist unglaublich, was man hier finden kann, wenn man einmal richtig sucht. Jetzt wartet hier ein Elektroschleim. Ich habe die Steine kaputt. 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 Ich weiß immer noch nicht, wofür man die sammelt. Ich hoffe immer, dass ihr alle miteinander verbunden seid. Ich habe die Steine kaputt. Ich habe die Steine kaputt. Ich habe die Steine kaputt. da will ich gleich rüber und auch noch ich noch höher hier komme ich ja ist da noch was m und die Stadt erstaunlich lange hält ist da was jetzt noch in eine andere Richtung und da habe ich jetzt endgültig das Ende der Höhle erreicht kann ja eigentlich nicht ne es fehlt hier noch ein hilier Stück also eine hilier Teilrüstung den Helm noch nicht gefunden krass was das für eine riesige Höhle ist hat einfach nur krass das kannst du nicht erzählen da ist doch bestimmt irgendwo noch ganz geheim so ein Gang die Wurzel hoch das sieht doch viel versprechend aus das sieht sehr viel versprechend aus immer weiter ins Schloss vor haben den geheimen Notausgang des Schlosses gefunden ich habe nicht keine Zeitbomben mehr das ich hasse das manchmal dass man die einfach nicht greifen kann obwohl man drauf drückt nicht doch greifen du scheiß Teil Immer wieder aufs Neue. In den Tiefen dieses Landes vermochte der erste König edel und mächtig den Dämonenkönig zu bannen. Sein Bann zu stärken, wurde hier das Schloss erholt als Siegel und Pfeile dieser Städte. Wird das Schloss nicht mehr sein, so ist auch die heilige Städte verloren und es entsteht, und deshalb steht der Dämonenkönig. In der Wiederkehr wird das ganze Reich mit Zwietach, Zorn und Grausamkeiten überziehen. So steht denn, nur das Schloss fortbestehen kann das Landeswohl gewähren. Auch dass seine Mauren in alle Ewigkeiten trotzig und ungehört an diesen Ort fallen werden. Okay. Ich erfügele dich so lange, bis du umfällst. Alter, ich darf hoher lang. Du frisst jetzt deine eigene Waffe. Oh, Holzbogen. Und tot. Einen Moment mal kurz. Den will ich nicht mitnehmen. Habe ich schon ein Foto von dir? Nö. Ich mach mal zurück an deinem Platz. Schade. So anlehnend, hätte ich besser gefunden. Ich mit der Reiselandze. Ein Soldatenschild. Hm. Mal kurz fallen lassen. Und an den Ritter Schiff packen. Weiter geht's. Oh, die ersten von euch, die ich antreffe. Wenn will ich den Großen. Bitte nicht, während der auf mich drauf springt. na, guckt mich freundlich an. Ja. Ja. Genau. m ich sagte böse er könnte das wird sich zum verprügeln deiner art genossen stimmt nicht der letzte noch eine sodaten mit angusskraft obendrauf ich habe ich glaube ich habe ich im Schloss ich gucke da gleich einmal rein wir werden in der anderen richtung gucken was da noch ist ob da es noch weiter hoch geht wir müssen einmal hoch schielen so weit hoch geht es hier nicht mehr ja 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 oder es gibt doch noch recht weit hoch auch für den namen aua da war ein böser x4 wo wie es vor nicht ganz wichtig okay ich stehe wieder hier kommen wir einmal ganz kurz mit dem Sprung was da hinter ist ich bin jetzt auf dem Übungsplatz ich bin tatsächlich jetzt im Schloss krass das führte einmal bis zum Schloss von dort aus wer auch immer diesen Tunnel gegraben hat Respekt jetzt bin ich wieder hier unten wo ich sein will gut stelle ich mich hier vorne an die Treppe und speicher da so sind die Flederiche wieder da ja einmal kurz umbringen jetzt da bespeichern und ausmachen gut Leute sofern ich jetzt nicht wieder hier angegriffen werde würde ich sagen war es das für heute ich gucke beim nächsten Mal noch zu Ende durch diesen Gang ist auf jeden Fall mega interessant dieser Tunnel also hat sich gelohnt habe dadurch jetzt nur nicht das gemacht was ich heute eigentlich vor hatte aber bei mir läuft ja selten was wie geplant jedenfalls von YouTube verabschiede ich mich hier als erstes wenn es euch gefallen hat Abo und Like da lassen und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder schaut natürlich auch beim Twitch-Kanal vorbei der ist in der Beschreibung vom Video verlinkt noch mal wieder